Hallo und herzlich willkommen zurück zur Minecraft TMP Limitless 6. Ja, wir sind gerade dabei unseren ganzen Mist hier reinzuwerfen. Es sieht schon mal relativ gut aus. Wir brauchen noch Pytho. Pytho muss auf jeden Fall noch gemacht werden. Im Moment machen wir nur Redstone, bei Redstone brauchen wir gerade am meisten. Nachher sollen aber eigentlich die ganzen Teile hier durch. Habe ich mir auf jeden Fall so gedacht. Und vielleicht, dass sie die auch wegschmeißen. Keine Ahnung. Müssen wir mal gucken. Wir müssen auf jeden Fall Pytho herstellen. Jetzt müssen wir mal kurz gucken. Wie weit bist du? Ah, du hast das alles damit vorgehauen. Das ist doof. Warte mal, wenn wir drei Stück haben, dann könnten wir hier doch eine ganz andere Kiste machen. Warte mal, ey. Dann könnten wir hier doch mal lieber so eine Kiste machen, dann haben wir gleichmäßig alles drin. Ja, das habe ich mir gedacht. 500. Ah, jetzt läuft der gerade voll. Äh, warte. Ja, wenn ich verziehen könnte, dann wird das auch alles wesentlich einfacher. Jetzt habe ich die Karte nicht mehr genommen. Ah, warte mal, warte mal, warte mal. So. Mal kurz, dass sie loswerden. Das ist mir ein bisschen nervig. Und nun läuft dort auch nicht wieder. Bäh. Wir brauchen unbedingt eine Karte, dass wir das abschießen können. Nein, ich wollte noch rum. Daran habe ich jetzt nicht dran gedacht. Ja, danke. Und dann, ach, ich bin falscher. Falsche Etage. So, jetzt aber. Na, okay, dann haben wir da eben mal zwei von. Ne, das geht nicht. Wisst. Wir müssen ja auch Sand rauskriegen. Äh. Also, die da haben wir schon. Alles klar. Sand. So. Ja, okay. So, warte, den wir hier wieder rein. So. Das haben wir hier. Das wollte ich auch nicht. So, alles mitgenommen. Alles mitgenommen. Alles klar. So, dann können wir jetzt. Ah, ne, falscher. Da müssen wir hin. Okay. Da muss extern. Das ist das Teil. So, dann müssen wir hier sagen. Insert. Ja. Mama. Ja. 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 Hier muss auch X. Welche Farbe soll ich nehmen? Weiß nicht. Blau. Braun. Innen, orange. Schwarz. Grün. 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 Dunkelgrün. Grot. Grot. Raus, M, E. Das heißt hier. Blau. Blau. Pink. Grün. Mama. ich kann grad nicht hat sie ja ich muss sich nur ein bisschen konzentrieren das ist der hier muss eigentlich raus sein der macht jetzt und der muss rein da einmal rein ach so weil wir haben da vergessen um stack zu kriegen der hat hier export warte mal dann muss der hier export haben weil der muss da rein richtig ja perfekt nein ich bin hier am aufnehmen so der hat jetzt exporten der muss der muss hier rein also das heißt der muss hier import sein und darf nur das hier haben okay super das klappt schon mal der müsste jetzt leer sein ach jetzt habe ich da ich habe dann den falschen sand rein gemacht ich voll groß hatte das war oder nicht so der hoch ist gerade erst mal durch der hoch ist gerade alles voll alles voll was geht okay also die sind jetzt gerade am durchlaufen okay nein so okay das läuft jetzt erstmal allerdings ist der jetzt unten ziemlich immer voll was auch doof ist mach redstone bitte toll mach doch mal bitte redstone warte mal wenn wir jetzt hier redstone rein machen ich hoffe das geht auch noch jetzt hat er das gleich raus gesaugt toll ja allerdings wird das dann nachher schwierig ich glaube das können wir tatsächlich nur für redstone verwenden ich meine uns fehlen ja sowieso noch die drei andere sachen das heißt wir machen das erstmal da rein so der sand kann auch nicht weg allerdings müssen wir hier dann zusehen dass wir dann irgendwie noch redstone rein kriegen das wäre eigentlich schön ach jetzt haben wir jetzt haben wir da alle vier so könntest du jetzt mal aufhören das zu machen du musst da rein so okay okay einer muss auf jeden fall aufbleiben für redstone sonst funktioniert das nicht sonst funktioniert das ganz so gar nicht gut das haben wir dann schon mal fertig jetzt haben wir ganz viel pyro teil da in der machenschaft gehabt aber egal gut hier saufen nur noch zwei keine ahnung ob die irgendwann dann soweit sind dass sie aber ich denke eher nicht naja gut warten wir mal ab was da rauskommt so jetzt könnten wir eigentlich noch mal gucken was wir hier alles schönes wieder gekriegt haben ganz viele schöne sachen ganz viele schöne sachen sechs küssen hier ist es und nein das war meine karte egal ist mir egal egal ist mir egal egal naja dann benutzen wir das eben mal für redstone dann könnten wir eigentlich ganz viel witz oder hinten raus nehmen weil hier läuft das ja eigentlich alles durch okay dann müssten wir mal eben kurz gucken ich meine wir könnten das jetzt natürlich auch alles automatischen me system machen irgendwie weil das ist eine lange liste und wir brauchen warte mal da gehen wir noch mal kurz zu keinem wohnen wir gucken mal einen kurs wieviel der davon hat das optimale ergebnis weil der hat sich das alles raus gesucht gucken wir noch mal kurz welchen wir davon brauchen und zweimal dann brauchen wir nämlich 20 mal die anderen 10 mal wir kriegen das aber schon hin die stadt die hier langsamer sicher wächst wo gerade im moment nicht weiter gebaut wird und wo es echt hart ruckelt weil die vielleicht da unten ein bisschen zu viele mi systeme drin haben etc pp das kann der server anscheinend nicht ab was hat er denn da drin nur uh sei peter aber da ist er noch nicht so weit 110 prozess energie also der hat zweimal die mit dem blauen alles klar also brauchen wir davon 20 stück vielleicht mache ich das da sehen mit dem rmy system und hau die denn danach wieder raus ich glaube das ist wesentlich leichter das mal in kurzen zahl so rein zu prükeln und dann mal kurz zu gucken wie viel brauche ich denn wofür und was das stimmt die anderen war ja noch gar nicht fertig ne die müsst ihr euch dann nachher nochmal raus nehmen und dann naja ok aber da müssen wir ja sowieso erstmal soweit sein soweit sind wir ja noch nicht ich meine wir sind ja schon relativ weit gekommen gar keine frage aber noch nicht weit genug dass wir da also ne da muss ich ja nach oben wenn ich das alles einspeisen möchte dann kann ich dann dementsprechend gleich also wir möchten einmal den hier auf jeden fall haben so den da denn möchten wir den da vor gerne haben den hier so dann möchten wir den hier haben jup dann möchten wir den hier haben jup dann möchten wir den hier haben jup alles klar das war jetzt der mit dem blauen strich den die mit 20 mal bauen dann müssen wir den hier einmal haben dann müssen wir den hier einmal haben denn den hier denn diesen wundervollen und dann müssen wir den hier einmal haben zack 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 und dann es wird immer mal gucken wo zum teufel die ganzen Sachen hin bekommen weil jetzt 20 Minuten sachen fehlen und die müssen wir erstmal grafen So, Crafting, wir wollen nur mal ein kurzes Crafting haben, wir brauchen den hier 20 mal. Oh Gott, das wird ja super, können wir hier gucken, ok, das funktioniert nicht so wie ich gedacht habe, den hier brauchen wir 10 mal, hier fehlt auch hoffenweise, Cinnabodust, ah ja, oh Gott, dann muss man erstmal, oh, mich piekst die ganze Zeit, was, Enderium-Gio, was ist das denn, Lumium-Platte, wie macht man denn Lumium-Platte, oh Gott, ja, äh, alles klar, Lumium-Platte, die hier, oh, nix davon da, das ist wundervoll, so, dann einmal da durch, zack, warte mal, den machen wir mal einen Kuss auf A, den können wir gleich wieder rausnehmen, was fehlt uns jetzt noch, bitte was? äh, den hier, warte mal, was ist das denn schon wieder seine Mitte? so, wenn wir jetzt, zwei davon, so, die haben wir schon mal, so, den hier jetzt noch, so, dann können wir den schon mal machen, dann können wir den schon mal machen, dann können wir den schon mal machen, den können wir mal kurz da hinstellen, so, dann müssen wir eigentlich mal aufschreifen, was zum Henker wir alles brauchen, äh, wir brauchen, wenn wir davon zehn Stück brauchen, brauchen wir, hier hatte ich mir das aufgeschrieben, warum habe ich mir das auf der anderen Seite aufgeschrieben, das kann jetzt alles weg, das kann alles weg, 40 mal Schilidgier, warte mal, das können wir eigentlich auch anders machen, A, 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 A Witzig mal. Oh, witzig mal aufklicken. Haben wir nicht mehr. Aber die hier brauchen wir unbedingt denn. Warte mal? Haben wir davon auch? Ne, haben wir leider nicht mehr genug. Nein, ich will wissen, wer das macht. Diamant das und Enderdast. Können wir auch Enderperlen durch den Pulverisierer durch haben? Gar nicht durch den Quascher? Ender. Ne, ich will nicht nur Fuse haben. Ich möchte gerne Enderdast haben. Durch den Quascher können wir das nicht durchjagen. Pulverisierer haben wir hier gar nicht mehr. Können wir die da durchjagen? Einschauen schon. Dann hauen wir durch. Dann können wir davon nämlich auch gleich ein paar machen. Ach ne, Diamant das brauche ich noch. Warte, das haben wir gleich. Das haben wir gleich. Äh, Diamantdast. Ne, das war verkehrt. Den wollte ich nicht haben. Ich wollte den ganz erinnern. Machen wir mal 200 Stück. Jo. Dann können wir hier jetzt gucken, wie wir den nochmal machen können. Der Diamant, das wird ja gerade hergestellt. So lange kann das ja wohl nicht dauern. Und jetzt machen wir nochmal viel davon erstmal da begangen. 1, 2, 3, 4. Brauchen wir garantiert nochmal irgendwo für. Garantiert. Endro. So. Ah, 24. Gut. Wie können wir dich denn herstellen? Enderium. Das. Ah. Wir brauchen davon anscheinend noch ein bisschen mehr. Ah. Ah. Nein. Hier könnt ihr nochmal rein. So. Die sind schon wieder fertig. Ja, doch. Augenblick. Warte. Ich komm. Nein. So. Die laufen jetzt erstmal schonmal durch. Ech. 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 So, jetzt haben wir wieder 10 Level. Die können schon mal da wieder rein. Ach doch, die haben einen Upgrade. Äh, so. 30 Stück. Das heißt, jetzt könnten wir noch mal gucken. 64. Reicht erst mal. So. Und die Nase juckt. 35, also 5 Stück noch. So. Perfekt aufgegangen. Super. Nikigier brauchen wir plus 20 von. Oh mein Gott, sieh durch. 20. So. Davon brauchen wir... Ach, Enderiumdust. Äh, was fehlt da jetzt? Enderiumdust. Verlesen. Okay. Hä, was fehlt denn da? Mann, oh. Oh. Ah, Lied, das. Ah, okay. Lied, gar kein Problem. Haben wir 14k von. Durch Urgeln. Haben wir davon auch wieder was. Immer wieder alles herstellen hier. So, der nächste gleich mal dran. So, die da noch mal durch. Wundervoll. Siehst du, haben mit dem ich auch schon mal fertig. So, ihr Lieben. Ich brückel jetzt hier noch ein bisschen dran rum, damit wir unsere Erweiterung hier machen können. Und dann gucken wir mal weiter, was sie denn als nächstes machen. Tschüss ihr Lieben. Tschüss. Und dann gucken wir mal nach. Tschüss. Gibt's dir? Tschüss. Vielen Dank.